Hallo und herzlich Willkommen liebe Arzt und Freunde, immer noch wilder Modus. Ich möchte nochmal gucken, wie weit ich hier mit dem Deck komme. Habe ich schon Videos zu gemacht, heute. Tück, tück, funktioniere. Rang 19, ich habe jetzt schon 2-3 Loses dabei gehabt. Ach ja Leute, was ist denn da nur los? Letzte Episode, am Ende bin ich rausgeflogen aus dem Spiel, war irgendein Fehler. Valera gegen Galos. Hitman. Sieg oder Tod. Seid auf der Hut. Will ich nüch, will ich nüch, will ich nüch, so. Boah, was ne miserable Stadthand. La miserable. Mit euch, bitte ich die Fische. Das geht's. So ist es schön, so ist es schon schön an, ne? Schön. Hit, Mann. Okay. Boah, im nächsten Zug mache ich den und zweimal Kalbblütigkeit auf den... Das ist krass. Das sind 10 Einser mit Gottesschildern. RENO JACKSON! Boah! Was? Alte 5 Rüstungen? Alte zusätzlich 10 Rüstungen? Was? Alte 2 Rüstungen? Alte 3 Rüstungen? Achtung! Alte 2 Rüstungen? Alte 3 Rüstungen? Gut gespielt. Bei Rexa behalte ich mal so einen Agent. Ach komm schon. Guter Counter schonmal. ne? Oh, boy! Ja, da bin ich ja schon fast tot, ne? Oh! Ah, ist vorbei! Ist leider vorbei! Wollte ich nicht probieren! Perfekten Start gehabt, der Jäger! Capri Capri ... 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 Ja, das läuft nicht mehr gut. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht habe ich gerade einfach eine Pechsträhne oder sowas. Das war, äh, ja. Oh no. Das war ja auch hart. Ich frage mich auf. Ich frage mich auf. Ich glaube, ich spiele bei 9 Mana den, bei 10 Mana den mit dem. Dass ich den vielleicht als 1-1er noch... Ich will zum Fliegen. Fuck my life. Ich frage mich auf. Nein. Nein. Ich frage mich auf. 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 Das ist doch schon wieder ein Eisblock, oder? Das ist ein Eisblock. Das ist ein Eisblock. Ich frage mich auf. 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 Los Rates Das war's für heute. Was ist das? 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 Na doof Der kann jetzt nichts buffen, aber ist egal Er liebt Vernichte deinen zufälligen Diener Okay Hmm Hmm Was ist das? 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 Schön Was ist das? 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 Mal Was ist das? 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 Oh nein Was ist das? 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 Ich bin so gut EASY Mit euch fütter ich die Fische. Ich werde euer Tod sein. Ich werde ich die Fische und die Fische und die Fische und die Fische. BOOM! Einfach nur BOOM! Halbes Stünnchen machen wir noch! Zufall? Berühlen lassen! Ich geheim den Emelie! Mit euch fütter ich die Fische, Lasskratten. Wahnsinn. Anti-Massias. Lasskratten, Lasskratten. Lass es. Lass es. Lass es. Ja. Sonst machst du bitte nichts. Ganz genau. So habe ich es gern. Boah, jetzt bräuchte ich den Kavallerie ist da. Ich habe wieder die zwei Kaltblütigkeiten. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Rino-Jackson-Mage. Ja, überlegst du. Das ist ja auch eine schwere Entscheidung jetzt mit dem Kasakis, ne? Batsch. Nehmt mal nur. Batsch. 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 Anruf. Batsch. Batsch. Okay. Back to the main Nice Nice He too End Deep He too He too doch mal dasselbe man mache ich jetzt den wald auch aber ein bisschen zu drei haben fröhliche sonnen Los Pins. Los Pins. Los Pins. Los Pins. Los Pins. Los Pins. Komm, trade, ping oder was? Okay. Los pies. Ich frage mich ob... Ich bezehre mich. Ihr könnt die Kräutier nicht aufhalten. Die Knights! Die Knights! Die Knights! Elementar Mage. Die Knights! Die Knights! Die Knights! Es ist so easy. Die Knights! Du musst du auf den Weizen. Ich fuhre dich auf. Wo zum Teil! Und du zerstörst. Du hast es gut. Das ist so quick. Ich bin noch nicht so cool. Das ist so easy. Wird das nicht fertig sind. Das ist einfach. Das ist gut. Das war's für heute. Ist das jetzt ein Eisblock oder was? Ja Fröhliche Sonnenwelt Jetzt haubert was mehr Lohatab genau zum richtigen Zeitpunkt Was ist das? Und Rang 17, sehr schön. 15 Minuten mache ich noch. Soulfly, Schamane. Richtig geil. Boah, richtig geil. Jetzt darf ich nur den Globschi nicht ziehen und dann ist alles gut. Ein Fest der Elemente. Fröhliches Sonnenweltfest. Ein Fest der Elemente. Das Licht beschützt. Boah, okay. Planänderung. Jedes Mal, wenn ein anderer Diener eingefroren wird, er hat dann ja eine Kopie dafür noch hier. Das ist witzig, aber unbrauchbar, glaube ich. Mich. Es ist sehr unbrauchbar für mich. Okay, okay. Er böllert einen raus, ne? Wahnsinn. Sinn. Es ist halt sehr, sehr ärgerlich. Ich den so dahin wasten muss jetzt, aber. Ich muss was aufs Brett legen, ne? Sonst bringt das ja auch nichts. Hm. Gut gespielt. Gut gespielt. Hm. Gut gespielt. Ich wird das ja auch nicht vertreten. Was? Gäh. Nächstens hoch 5 Mana, dann kommt erstmal der Loirtab raus, würde ich sagen. Und jetzt kommt der Leuchten, dann kommt der Leuchten, dann kommt der Leuchten. Ah, ich behalte die zwei Kaltblütigkeiten mal, für äh, plötzlich unerwarteten Damage, den er kassiert, das sind 8 Damage, mit dem sind 10, 7 Mana, 10 Damage ist schon nice, da sind wir nämlich schon fast im Liesel Bereich, je nachdem was er jetzt macht, komm bitte keinen Spot, nice. Oh ja, das find ich auch, das find ich auch unglaublich. Ja Junge, hast nicht aufgepasst, du Vogel, er hättest erst traden müssen und dann die Fröschchen drauf, Jung. Ah, ich hätte ihn ja sowieso gekillt, deswegen Waffe und... Easy come, easy go. Schaffen wir noch einen Aufstieg, oder vielleicht zwei, bevor das Video endet? Noch eins, äh, ja, noch eins, Rale Schamane. Okay. Weg, weg, rest behalde dich. Gro. Lassssssssssst. Nein, nicht immer das. Oh. Ja. 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 nicht immer das na klar hat er beide auf der hand war doch klar alles andere hätte mich jetzt auch gewundert ja Kein Sport, kein Sport, kein Sport Kein Sport, kein Sport Mit euch füttere ich die fische Lande Diese Runde geht an euch Tschüss Tschüss Ich sag immer, gute Fahrt Gute Fahrt Und tschüss Valera gegen Jaina Hat es so gemacht? Sass auf der Uhr Keine gute Starthand Boah, miserables Starthand Oh, ich hab keinen One-Drop Das ist richtig mies Das ist richtig mies Kann mir gut vorstellen, dass das jetzt ein Loose wird Leider Der schlechteste Starthand ever Kann nur hoffen, dass der auch nicht so Ne gute Starthand hat Aber er konnte ja wenigstens was machen bei einem Mana Ich glaube, ich spiel den schon bei drei Oder? Los geht's Nein Alter Alter Was hab ich hier für ne Hand, Mann? Wie ist das? Ich hab mich mal Ich hab ja gesehen, ob ich hier für neger Los geht's Die die Rang 16 sind wir, Guys. Rang 16. Rang 16. Chefchen. Okidoki. Los geht's. Schon fast ein Superscharf draus gemacht, aber im nächsten Zug spiele ich hier den Drogzord, den ich beschworen habe. Seit denn es passiert jetzt hier irgendwas Unerwartetes, dass ich irgendwie den machen muss oder den. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich weiß auch, wer du bist. Los geht's. Drogzord. Ja, Junge. Schön. Nicht den, nicht den, nicht den. Ja. Bestes. Bestes. Hohohohoho, lol. Habe ich auch noch den Pyro-Vogel gekriegt, ey. Wahnsinn. Was für ein Deck. Diese Runde geht auch auf. Reingehauen. Cool. So, ich würde aber sagen, es reicht, die Stunde ist voll. Ich mache aber weiter, wie ihr seht. Wir sehen uns.